CDU-CSU hat jetzt Barbara Lanzinger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch die Anzahl der Kollegen würde ich mir, ich bin ja das nächste Mal nicht mehr dabei, aber wünschen, dass es parlamentarisch auch deutlich sichtbar wird, wie wichtig Tourismuspolitik ist. Das wäre eigentlich sehr schön. Aber es ist immer so, dass diejenigen, die da sind, die müssen das dann immer hören. Ich freue mich, dass wir diesen tourismuspolitischen Bericht bekommen haben. Dankeschön. Er ist spannend, er ist hochinteressant, er ist informativ komplex und er ist eine ausgezeichnete Übersicht darüber, dass Tourismus ein Zusammenspiel, eine Vernetzung so unendlich wichtiger vieler, vielfältiger Akteure ist. Und das, glaube ich, ist vielen in dieser, auch bei uns oftmals in der Politik, gar nicht so bewusst. Er zeigt auch deutlich, dass Tourismus ein Zusammenwirken aller politischen Ebenen und bundespolitischen Ministerien ist. Sie sind aufgeführt und ich möchte mich hier bei all denen, die heute anwesend sind, das sind ja nicht viele, auch ganz herzlich bedanken. Und das zeigt auch, dass man da auch das nächste Mal vielleicht noch mal stärker das auch herausarbeiten sollte. Ich nenne jetzt nicht alle. Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe. Eine Querschnittsaufgabe, das spürt man ganz deutlich. Und bereits auf den ersten Seiten des Berichts wird deutlich, was wir als Tourismuspolitiker und Politikerinnen wissen und was wir auch auf vielen Begegnungen ja hören, auf allen Ebenen, auch mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Tourismus ist ein erfolgreicher, dynamischer Wirtschaftssektor und Faktor. Und liebe Kollegin Hiller-Ohm, ich denke, dass gerade weil dieser Sektor so dynamisch ist und so ein Kraftpaket ist, es auch geschafft hat, diesen Mindestlohn mit reinzunehmen. Ich weiß es nicht, ob es gelungen wäre, hier so stabil weiterzuarbeiten, wenn wir nicht diese Kraft gehabt hätten, das auch aufzufangen. Also ich denke, davon bin ich auch überzeugt. Dieses Kraftpaket ist für die Brutto-Wertschöpfung, es ist auch schon genannt worden, für die Beschäftigung enorm wichtig. Es ist, der Tourismus hat eine wuchtige, ich nenne es bewusst so eine wuchtige Schubkraft für unseren Mittelstand, für das Handwerk, für die Landwirtschaft, für die regionalen Erzeuger. Also das ist eine ungeheure Potenz, die wir da haben, die wir auch noch schöpfen müssen und heben müssen, für die Bauwirtschaft, für die Fahrzeug-, Automobilindustrie, für den Flugzeugbau, für vieles, vieles mehr. Und dieses bewusst zu machen, gilt es auch in der Zukunft, was Tourismus bedeutet. Die Schubkraft vor allem auch für diese klein- und mittelständisch geprägte Branche. Neuer Rekord wurde schon gesagt, 2016 mit den Übernachtungen 11 Millionen mehr Gäste als 2015. Das ist gewaltig, in Anbedarf, wenn man die Zahlen insgesamt ansieht. Das alles ist nicht Gott gegeben, das wissen wir. Insgesamt ist eine ganz klare Themen- und Zielgruppenfokussierung notwendig. Ganz klar herauszuarbeiten, was ist entscheidend in unseren Regionen, womit können wir die Schätze, die wir in Deutschland haben, heben und den Menschen zugänglich machen. Und der Boom, ich nenne jetzt nur ein, zwei Beispiele, der Boom im Städtetourismus hält an. Sein klarer Trend ist auch hin zur Wasserdestination in den Küsten- und Seeregionen. Und wenn ich jetzt nur Regensburg anschaue, UNESCO-Weltkulturerbe, seit die Stadt dazu aus, die war schon vorher sehr berühmt und waren vorher schon viele, aber jetzt wird diese Stadt fast förmlich überrannt. Also es kann auch manchmal kippen für die Menschen, auch dafür müssen wir was tun. Und ein besonderes Augenmerk gilt wirklich unseren ländlichen Regionen. Und ich möchte hier auch noch mal schon erwähnen, dass die Koalitionsfraktionen, und ich sage das auch sehr selbstbewusst unter Federführung der Union, ein Konzept, der erarbeitet hat zum Kulturtourismus im ländlichen Raum, um die ländlichen Regionen nachhaltiger zu stärken. Und ein besonderer Aspekt und eine Besonderheit dabei war dieser gefasste Begriff des Kulturtourismus, nämlich die Verbindung von klassischen Kulturangeboten, in Verbindung mit gastronomischen Traditionen, historischem Bauerbe, mit dem Erleben von Landschaft, mit den Schätzen unserer Heimat, mit dem Können unserer Menschen, und ich fasse es zusammen, einfach mit Kulturgenuss. Und da hat die Bundesregierung ja dankenswerterweise die Idee auch aufgegriffen und umgesetzt. Ich halte es für gut und ich denke, wir sollten uns das wünschen, dass wirklich kommend mehrere Pilotprojekte dahingehend auch initiiert werden, auch vielleicht grenzübergreifend in die europäischen Nachbarregionen hinein. Ich nenne jetzt nur, ich nenne es so das Elsass oder Südtirol, wo vieles auch mal anders gedacht werden könnte, was sinnvoll wäre. Und wir haben ja, wir sind gut aufgestellt für die kommenden Jahre jetzt mit Bauhaus, mit Luther. Also auch da haben wir vieles, wo wir wieder für uns werben können. Die Tourismusbranche ist eine politische Tourismusarbeit, hat große Herausforderungen vor sich. Und das hat unsere Delegationsreise auch nach Madrid ganz deutlich gezeigt, auch im Gespräch mit dem Generalsekretär Taleb Raffay von der UNWTO. Es war hochinteressant und spannend, mit ihm darüber zu reden, gerade das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus, das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen auch wirklich aufzugreifen. Gerade, und ich nenne hier auch, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, der boomenden Städtetourismus, stellt die Verantwortlichen vor ganz große Herausforderungen. Thema Sicherheit, Thema Infrastruktur, Thema Wohnungsübernachtungen, Privatunterkünfte, Umweltbelastungen und vieles, vieles mehr. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Erwähnen möchte ich auch ganz kurz das Thema barrierefreie Mobilität. Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen erfordern auch unterschiedliche, ganz variable Angebote, um Menschen das Reisen zu ermöglichen. Und eben diese unterschiedlichen individuellen Angebote können auch eutig interessant und wichtig sein für Familien mit Kindern, für die ältere Bevölkerung, für uns alle. Und der tourismuspolitische Bericht hat 141 Seiten. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Man erfährt das sehr deutlich. Tourismus ist keine Nebensache, sondern Tourismus ist das Top-Thema für die Politik und muss es auch für die Zukunft sein. Ich bedanke mich für die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Tourismus-Ausschuss. Es macht Spaß, es macht Freude. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Gleige, ganz herzlich für die sehr angenehme Zusammenarbeit, auch wenn wir beide uns oftmals schon auch gekappelt haben. Aber ich fand es ganz, ganz toll und es, glaube ich, macht uns beiden Spaß, Politik so zu gestalten. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen und Ihrem Team für Ihre Arbeit. Und ich danke auch an dieser Stelle der DZT. Unsere Ausschussvorsitzende hat es ja schon erwähnt. Die DZT, und das habe ich auch noch mal in Madrid erfahren dürfen, die DZT sind tolle Botschaften im Ausland für uns, für Deutschland. Ich möchte schließen mit zwei, mit zwei. Aber dann bin ich fertig. Die gefährlichste Alter aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Und Wilhelm Busch meinte, und das, denke ich, gilt jetzt dann für uns alle, Drung, oh Mensch, sei weise, pack deine Koffer und verreise. Dankeschön. Wunderbar. Ja, vielen Dank.